Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level Yangshi Krypta. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level Yangshi Krypta. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level Yangshi Krypta. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level Yangshi Krypta. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level Yangshi Krypta. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level Yangshi Krypta. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level-Water. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020